Und Abflug! Während der Aufbau für den Hessentag am Boden mit riesigen Schritten vorangeht, begibt sich das Benzheimer Unternehmen IBS Luftbild mit einer fliegenden Kamera in schwindelerregende Höhen. Wir fliegen hier mit einem sogenannten Multicoptern mit acht Rotoren. Den nutzen wir dazu, um auf der Luft Aufnahmen hier von der Festmeile am Hessentag zu machen. Für den Aufbau des Hessentags und auch während des Hessentags werden wir mehrere Locations aus der Luft filmen und damit schöne Perspektiven schaffen. Das Ganze steuern wir vom Boden aus mit einem Fernsteuersender für das Flugmodell und kontrollieren das Kamerabild am Boden an einem Monitor. Ja, ich finde, der Hessentag eignet sich hervorragend, um mit einem Multicopter dargestellt zu werden. Aus geringer oder ein bisschen höherer Höhe, wir dürfen bis 100 Meter fliegen, lassen sich die Dimensionen doch ganz hervorragend darstellen. Besser als punktuell, von einem einzigen Platz aus. Und so lässt sich schön die ganze Hessentagsmeile darstellen. In der Luft zu Lotsen